Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Dying Light The Following. Wir gehen jetzt zur nächsten Quest über. Wir sind sogar schon in so einem... Das sagt wir. Ja, wir. Der Lump ist auch da. Dabei, servus. Äh, wir haben irgendeine Quest ausgewählt. Ich hab's schon wieder vergessen. Strange Noises. Dem gehen wir jetzt auf die Spur. Äh, ne. Wie sagt man? Doch schon, oder? Ja, ich glaub schon. Auf jeden Fall sind wir schon da. Mitten im Geschehen. Jo. Das ist ja auch ein komischer Pin. Da bei dem... Bei dem Brunnen. Guck mal. Ich guck erstmal ein wenig in den Müll. Oh. Ich guck mal und da war er weg. Ups. Ich glaub ich bin da jetzt runtergefallen. Und ich, Idiot, spring natürlich hinterher. Ich glaub, das ist so eine für die Mission. Cool. Ja, das ist es auch. Ah, ich hab schon wieder so ein... Hey, das ist eine Racing Trophy. Hier am Boden. Das sind Zombie-Kinder, guck mal. Ja. Die schreien dann wieder. Damn, woher kommen die Kanten von? Das ist ja ekelhaft. Mhm. Ziemlich. Hast du hier am Boden gesehen die Racing Trophy? No. Wow. Die war hier irgendwo. Irgendwo war sie. Drück mal Q. Ja, ich seh sie nicht. Vielleicht hast du es schon mit eingesammelt auszusehen. Ach, jetzt seh ich sie. Ah ja. Alles klar. Ach, muss ich wieder durchschwimmen. Dann schwimmen wir doch. Auf geht's unter Wasser. Ey, voll cool hier mit Lampen und allem. Da hat ja jemand richtig was hier gebaut. Ah, die Kiddies. Meinst du diese Zombie-Kiddies? Oh. Hey. Komm doch nicht durch. Wie kommen wir da durch? Unten drunter. Ich glaube, ich muss mal zurück nochmal schnell. Jetzt. Heul nicht. Du hast doch noch über die Hälfte von deiner Luft. Oder? Oh, da gehen wir von den Balken her. Ja, cool. Ich kann nicht sehen. So. Irgendwo hier muss man dann wieder auftauchen können. Aber ich schau jetzt mal. Ah, hey. Firearms Bundle. Give it to me. Da, wo ich jetzt gerade bin. Aber ich muss mich jetzt langsam beeilen, dass ich mal hochkomme kurz. Sonst kriege ich ein Problem. Oh, scheiße. Ja, jetzt langsam wird es wirklich eng. Oh, fuck. Firearms. Ah, unten am Grund, oder was? Ah, ich sehe was. Ja, und hier kann man Luft holen. Gott sei Dank. Oh, nicht voll. Gott sei fucking Dank. So. Wo bleibst du? Bist du da? Ja, komm schon. Da ist er ja. Braust du Luft? Da wäre Luft gewesen. Haben schon aufgetäumt. Okay. So, bin ich jetzt mal durch den Fisch durchgeschwommen gerade. Als ob er gar nicht da gewesen wäre. Aber wie lang ist denn dieser scheiß Tunnel? Ah, das ist ein Survivor. Da schauen wir doch direkt mal hin. Okay, das ist schon mal kein Survivor. Der ist tot. So. Luft wäre jetzt mal wieder nicht schlecht. Da sind wir. Jawohl. Yo. Puh. Voll cool. Wie duckt man sich nochmal? Scheiße. Ah, mit C. Sehr schön. So, was gibt's jetzt hier eigentlich? Hunting Tower spotted. Was? Was? Oh. Ich höre irgendein... Zombie wollte ich gerade sagen. So. So. Au. Mich selber... Hier, weißt du schon... Elektrifiziert. Ich hasste so Elektro und Feuer und Giftzeug. Ich stehe da. Ich stehe da voll drauf. Das ist so geil. Nee. Doch. Ich habe mich nur Luft... Äh... Wucht und Blut. So, weiter tauchen. Auf geht's. Hab dich nicht so... Rein ins Wasser. Irgendwie fände ich das praktisch, wenn ich auch dein Fenster hier immer gleich sofort sehen würde. Nee. Wie im Portal. Ja, genau. Wie im Portal. Das wäre mega cool. Könnte ich immer sehen, was du gerade treibst. Und ich müsste ihm meine Aufnahmen nicht schicken. Ja, genau. Äh... Jetzt bin ich hier extra hingeschwommen. Und außer, dass da seine Taschenlappel schwimmt, ist nichts passiert. Scheiße. Und die Luft ist schon wieder halb weg. Ja, mit dem Garns runter, hey. Boah. Ich brauche Luft. Gib mir Luft. Langsam darf es wirklich mal ein bisschen Luft kommen. Ich nehme nur noch ein Viertel. Mhm. Ja, ja, du hast unspandten Skillpoints. Ich f***ing weiß. Uh-oh. Ich habe nicht viel Luft left. Es ist gerade viel schlimmer. Jetzt geht's wieder. Da ist Luft. Guck mal. Ja. Einfach hoch. Jocker. Wo schaffst du das? Oh, gerade noch. Das Ding war echt schon fast weg, hey. Ach du Scheiße. Nichts weiter. Was geht hier ab? Was liegt da? Ach so, so ein Licht. was ist das? Das Taschenabbel war schon an. Ähm. Ja, was ist das jetzt hier? Hm. find out why someone's dogpalt food in the cave ist die quest doch doch ihr habt den gar nicht gesehen blindes huhn es ist das geld das du schon umgebracht hast naja wir haben ihn nicht leiden lassen nö haben wir da jetzt eine kiste kiste return to jazir ja ja irgendwann mal es ist wichtig du mich auch tu gleich mal die nächste quest anwollen warte schauen wir ob mir die waffen die wir gerade gefunden haben irgendwas bringen nö naja unten ist wieder ausrufe zeichnen da können wir mal hin da hin und dann einen schattenjägernest ausrotten weil es wird eh bald nacht yo das klingt doch nach nem plan wassup buddy der farmer krass 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 ich möchte es aber sehen schon oder aber ich wüsste nicht wo das gewesen sein soll wir haben ja alles gesehen eigentlich in den hüllen ich möchte jetzt auch ungern alles nochmal abschwimmen nö das muss ich jetzt auch nicht haben hüllen bringen wir lieber die zwei um und klauen die armbrust ja ich hab irgendwann mal gelesen dass man eh eine bekommt auf jeden fall ja was hältst du davon? runter mit dem kopf? meinst du es geht? keine ahnung nö oder ist die falsche Höhle? das ist ein hässlicher Spucker ja warte ich wollte gerade mit Pfeil und Bogen das war doch ein bisschen tiefer als erwartet da brennt Feuer da brennt ein Auto jetzt haben wir einen Pfeil wegen dir verschossen wo ist mein Pfeil? egal ja haben das jetzt eigentlich eine Quest gegeben für uns? nö da oben wäre auf jeden Fall so ein Schattenjäger-Nest das gehört doch zu einer Quest da können wir mal drauf ähm grünen Wegpunkt ach so gehört es zu einer Quest? bist du sicher? ja schon Heart of Darkness schauen wir mal wo der Wegpunkt ist nöp wir müssen weiter runter oh Gott ist ja ewig weit weg die Brücke da oben rüber für die Quest bräuchten wir eigentlich ein Auto so so sehr schön so jetzt wird's nacht ey Mann wo ist mein Auto? wir laufen in die falsche Richtung wir laufen vom Auto weg ups ich meine ja bloß das ist eigentlich extra gedacht weil die Karte so groß ist dass man ein Auto hat und wir zwei Deppen rennen immer zu Fuß rum und du kannst ja dann eine Zeitraube machen so wie es ausschaut kommen wir da auch nicht hoch und da kommen Zombies aha ach du scheiße und wie viele von allen Seiten wenn wir da hochkommen warte mal jetzt muss doch gehen ich würde sagen wir gehen zurück zum Auto und fahren aha das wäre mein Vorschlag dazu naja haben wir bei so Schattenspaßdienst da noch zusammen yo voll angeschlichen oh jetzt kommt es aber oh Scheiße jetzt bin ich frei mach halt keinen Scheiß und drei Schläge oder so wow ja warte scheiße fuck ups äh das war mal einfacher glaube ich ich habe auf die Schnelle mein äh mein Licht nicht gefunden mhm so mal schauen wo wir sind vielleicht beim Auto das wäre klasse nein aber wir sind bei nem Schatten äh jägern ist da gehen wir jetzt hin das ist aber das falsche wirst ähm so da hinter dir ist die Kiste oh nice und ich bring sie grad wieder nicht auf Mensch was macht er denn abbrechen warum tust du das er zert wei agonizing hensel taugt nix klump ich hab so eine Handsäge ja aber die hat nur 800 irgendwas schaden so wo ist denn da der Eingang oh da ist der Eingang puh geht's ganz schön tief runter uiuiui oh scheiße blöde UV-Lampe ausgewählt das ist schlecht festhangeln oder so äh wahrscheinlich ja cool wie hast denn das gemacht hä geh mal aus ah space use wir nutzen geht er auch also F da gibt's Pölze boah geil 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 Pölze na dann so oh warte 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 ich hab Molotow ich hab Molotow na dann wirf ja warte ich muss das jetzt auswählen wo ist er denn da ist er in der Zeit hätte ich es schon dreimal umgebracht hä das war kein Molotow ich hab meine Waffe weggeschmissen wie schmeiß ich denn nochmal so Zeug ich weiß nicht mehr wie ich es schmeiß ich muss gleich nochmal nachschauen wenn du den Reifwagen auswählst ach na eben mittlere Maustaste oh meine Waffe wieder nehmen hey scheiße so das war wieder der Klassiker gibt's da noch was überall blinkt hey so was müssen wir da jetzt eigentlich machen ich scheinen nicht so weiter ach destroy the volatile hive heißt es hier mal wieder in der falsche Richtung weil ich dir auch wieder einfach nur hinterher renne ist eh klar hier geht's lang und da hinten sehe ich auch schon die ganzen Spacken das bin ich jetzt schon wieder da vorher schicken können laufen oder was ach das ist der Ausgang ich hab mir einen Ausgang gefunden ach die sind da unten alle bist denn du da wo ich hin muss hoffe ich auf jeden Fall brennen sollst du jetzt aber aufs dritte Mal oder auf Zeit oh hat sein zerrissen so come at me bro woa da unten stinkts mhm so auf die schmeißende Kugeln zerreißt dir ist noch eine Zeit hm es ist natürlich fies ach na eben hier muss man wieder die lustigen Gestalten hier oben bringen ja komm her haben wir da jetzt im ersten Raum einen übersehen oder ich hoffe nicht ich hoffe nicht die kommen da schon wieder raus und dauernd oh kam einer von oben gefallen so Kopf ab Kopf ab Kopf ab du wirst getackled yeah mega geil ähm da oben bist du kleiner Mistkerl ah ich hab da auch noch einen jawohl das ist abgestürzt aber auf jeden Fall haben wir die Höhle erledigt äh ne doch die ist jetzt destroy the volatile hive ist immer noch angehackelt also die sind immer auf der Karte auch okay gut dann raus jetzt aber raus hier müssen wir den Weg wieder zurück ne da war ein anderer da müssen wir gerade raus kommen also nach oben vielleicht schon wieder mhm das schätze ich auch mal oh ja hier sind wir nicht reingekommen oh ja cool und night survived yo oh wow cool ah wenn man auf Autos landet passiert einem nix hab ich gehört jawohl ja ha jo jump du hast das Auto meilenweit verfehlt ich wurde eigentlich so ein ähm ne ach so ein Gleitschirm im Abzug da rumfliegen hehehehe oh was ist denn da passiert was ist denn da passiert so bin da ja 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 komm her komm her komm her komm her oh so recall vehicle ne es ist ja schon da ja aber wo ist das Ausrufezeichen ja aber wo ist das Ausrufezeichen dass wir die Folge an der Stelle dann auch beenden weiter geht es in der nächsten der Lohnbranche wieder weg ich hoffe dass es euch gefallen hat lasst einen Kommentar da gebt einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder also bis bald